Ja hallo, ich wollte euch heute hier einmal ein paar Bilder zeigen von meinem Bagger auf der Firma Atlas. Seht euch ein paar Bilder. Es sind genug dabei Bilder. Der Bagger ist Bagger 93 PS. Und das ist eben der Bagger. Der Bagger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020